Wir machen heute ein Booster Glänzende Schicksale mit Riffax auf. Dann machen wir Farbenschock von Schwert und Schild ein Booster auf mit Zarrude. Dann Flammen der Finstern ist von Schwert und Schild und Schwert und Schild Clash der Rebellen mit Riffax oder Weiternwürfelder Riffax. Wir fangen an mit Clash der Rebellen. Eine Wasserenergie, Elektroball, Gar, Sheridine, Servol, Bingul, Nass, Nassknit, Altoball, DP, Smogma und eine Sternenkarte. Jetzt mal den Booster Flammen der Finsternis auf. Ein Wasserenergie, Weberrack, Raffel, der fett ist, der ganz viel Früchte gegessen hat. Baut, Visor, eine Zielscheibe, Pantymos und eine Sternenkarte. Jetzt machen wir das Booster mit Zarrude von Farbenschock auf. Eine Feuerlagerie. Tante, Otao, Rotomor, sieht voll cool aus. Die Denner, süße Maus. Ein Amazingware und eine V-Karte. Summer Santa in einer Amazingware. Sehr krass. Ich weiß jetzt nicht, ob die viel wert ist, aber ich glaube mal schon. Die Karte Nummer 102 von 185. Ich weiß aber nicht, ob die viel wert ist. Sie sieht so viel aus. Und eine V-Karte. Die Karte Nummer 140 von 185. Sehr nice. Jetzt nur das Muster mit Riffex auf und grenzt es für Schicksal. Eine Energie, Urge, Arenetrainer, Otomi. Sieht aus wie so ein Spinnei auf dem Kopf. Puska, Creptifux, Cortini, Knacklion in der Wüste, Lanmar, eine kleine Shiny und eine Voodoo. Das ist die Karte Nummer 80 von 122. Und das ist ein Mockmock. Das ist die Karte Nummer 42 von 72. Wenn es dir gefallen hat, lasst dir ein Like da. Habt einen schönen Tag und ciao.